so und damit herzlich willkommen zu dieser ersten folge von minecraft auf der playstation 4 heute alleine ja wir werden hier versuchen uns ein schönes reich sag ich mal aufzubauen ein schönes haus bauen und ganz am ende auch den endrahmen besiegen mit gutem equip das wird ein längeres projekt werden ich denke mal ich werde so täglich versuchen eine folge hochzuladen wenn ich es mal schaffe ist es halt so ich gucke aber dass ich es jeden tag schaffe und ja das ist so jetzt das was ich jetzt vorhabe ich muss ganz kurz was einstellen ich will nämlich nicht das haben sondern ich will das andere haben da klassisch das craften an perfekt minecraft kann ich auf jeden fall noch ich bin nur noch fordern gewohnt gewohnt gewöhnt also nicht wundern wenn ich ein bisschen scheiße im moment bin ich muss mir erst mal wieder an die ganze steuerung und so gewöhnen denn sonst spiele ich im moment eigentlich nur fordern und ab und zu mag mich spiele ich im moment gar nicht mehr außer jetzt jetzt werde ich versuchen jeden tag eine folge hochzuladen und drei und zack die erste kohle wird direkt abgebaut ja ich würde sagen wir fangen an und hier erst mal so eine kleine hütte in den berg hier rein vielleicht kommt julian noch mit hier drauf und zackt mit mir aber ich weiß es nicht das muss er entscheiden ob er das will oder nicht nur ich wusste halt nicht ich war so am überlegen was kann man denn doch so hochladen auf youtube damit ich halt so auf minecraft kommen weil minecraft habe ich bis jetzt eh nicht viel hochgeladen es sollte zwar schon mal ins play kommen aber dann hat sich meine playstation irgendwie aufgehangen dann muss ich sie komplett neu starten deswegen ist der spielstand leider weg deswegen fange ich jetzt erneuern hier ist überall nur dieses scheiß stein aber daraus könnte man das sieht zwar vielleicht jetzt nicht so gut aus aber so zum anfang da muss man nicht direkt aufs holz bauen wir werden eh noch in eine andere gegend ziehen nur jetzt moment brauchen wir erstmal überhaupt was wo wir uns unterstellen können wenn nacht wird und sowas und damit sich ganz so kacke aussieht denn ich hasse es sind kacke aussieht kann das gar nicht ja zumindest der eingang so ein bisschen das reicht ja schon so ok jetzt noch mal eine werkbank rein zack so und dann wird hier nachher die mine hinkommen nur zu allererst brauchen wir halt ein bisschen holz und deswegen würde ich sagen seht jetzt in kurzen zeit rafa wie ich hier ein bisschen holz abbaue und dann runter gehe und die mine anfangen zu bauen bis gleich abbaue und dann Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2018 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017